Hallo, ähm, ja, so, da eben gestern die Aufnahme leider tief gelaufen ist, die gezeigt hat, weil wir halt in mir getötet haben, hoffe ich mal, dass es heute funktioniert. Das hat jetzt eben eben fest, dass die Testaufnahme funktioniert, dass wir heute als Atlet gehen. Na ja, gut. Wie weit ist er weg? Oh, gar nicht mal so weit. Na gut, er hat tief gesehen. Geht das nicht weit weg von... Nö, und... Jedenfalls von Aussicht an der Mond. Was hier noch beim Mond? Und dann auch noch mal einfügen. Oder dann Sonntag. Eitam. Ein kleiner Klauscheifen. Na ja noch. Ja, war komisch. Hm. Du gewinnst. Ich akzeptiere meine Niederlage. Die Geschichte wird von meinen Eroberungen künden. Feiglinge werden nicht besungen. Ich bin kein Feigling. In der Schlacht um West-Sächse ging ich als Sieger hervor. Von dieser Zeit sollten die Dichter berichten, als ich Ehre mein Eigen nannte. Nein. Deine Ehre wird da begraben, wo sie jetzt ist. Im Blutgetränkenschlamm. Im Nothing Ein 18... Neun. Hm. 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 Hm... Barthi ist hoch gebildet. Na gut. Das machen wir am Sonntag. Jetzt mal ab nach Hause. So geht es schneller. Und Sonntag dann einfach. Das war es also mit dem Kühlen von Heimfried. Dafür hat es euch Spaß gemacht. Man sieht sich dann am Samstag während des Regulären. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.